Ich versuche einmal pro Jahr meine Heimat. Dieses Jahr mache ich eine Reise, eine Fanreise und am 4. November mache ich ein Konzert in Iguazú-Wassafalen, weil wir gewählt werden die sieben Naturweltwunder und fahren mit mir so mehr wie 200 Fans, auch holländische Gäste kommen sie auch in meine Heimat und werde auch ein bisschen meine Heimat präsentieren. Es gibt an meiner Webseite www.seminorossi.com alle Informationen über meine Reise. Wir fliegen am 27. Oktober bis 6. November. Im nächsten Jahr mache ich ein großes Konzert. Es sind 55 Konzerte in sieben verschiedenen Ländern. Ich komme am 1. März hier in Holland, in Anheim und ich hoffe, dass sie mich besuchen können. Es ist eine große Orchester dabei und es ist eine Mischung von Spanisch und Deutsch. Ich werde versuchen, einen Titel in holländisch zu singen. Es gibt eine große Breite, die ich den Leuten anbieten kann, mit Temperamento, lateinamerikanischer Farbe und auch immer diese Mischung von Spanisch-Deutsch. Es gibt ein Publikum, wie zum Beispiel, die mehr spontan sind oder in dem ersten Lied sofort sagen, seine Freude. Und es gibt andere Publikum, die zwei, drei Lieder brauchen, dass sie zeigen, was ich fühle. Aber in general die Reaktion ist immer positiv, weil die Musik ist die Hauptrolle in diesem Moment. Und die Interpretation, was ich versuche zu machen, kommt immer, Gott sei Dank, direkt auf das Herz von den Menschen.